Charles Bukowski, traurige Lady. Sie lebt da oben im Norden und betrinkt sich mit Wein, während ihr Mann im Büro ist. Ihre Gedichte erscheinen in den kleinen Zeitschriften. Sie betont immer, wie wichtig ihr das ist. Zwei dünne, hektografierte Bändchen von ihr sind schon gedruckt worden. Sie hat zwei oder drei Kinder zwischen sechs und fünfzehn. Sie war mal eine sehr schöne Frau, aber das kann man heute nur noch ahnen. Sie schickt Fotos von sich, wie sie auf einem Felsen am Meer sitzt, einsam und ohne Hoffnung. Ich hätte sie mal haben können. Ich frage mich, ob sie denkt, ich hätte sie vor diesem Leben bewahren können. In ihren Gedichten wird ihr Mann nie erwähnt, aber von ihrem Garten ist oft die Rede. Den gibt's also. Und vielleicht macht sie sich's ab und zu mit einer Rosenknospe und erschauert, ehe sie ihr nächstes Gedicht schreibt.